Herzlich Willkommen zu einer anderen Folge auf der Karte in Thüringen. Hier holt man die Schlageballen ab. Jetzt fahren wir ganz schnell über. Ich bin schon wieder am Trink mit der Unterstuck. Es fällt 60 erst bestellt mit Weizen. Baut wird noch gekämpft. Und noch nicht da. Gut gerollt. Der will noch die Wiese treiben anabhängen. Damit er wieder ordentlich mähen kann. Die Sonja bauflug auf den Kreis. Teilen wir in den Süden. Für den Wagen. Aua, da wird schon mal mehr. Vollgas. Vollspeed. Ups. Zulich blöd, wenn die genaue Hüte reinholen oder mähen müssen. Da müssen keine Pfeile hinzufügen. Jetzt fällt da ein paar. Vor der Führung. Jetzt fällt da ein paar. Vor der Führung. Jetzt fällt da ein paar. Vor der Führung. Und darum ist, wenn's da ein paar Bälle Ditchen? Arbeitsweg freigewollt und ausgesprochen gehört Christian Bayer. Das ist der Nikola in der Heidschau. Vielen Dank. 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 Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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